stadt streaming geklickt habe den focus verloren jetzt bist du aber da bist du dich ja servus umgezogen ja was für eine zeitschrift hattest du war das die computerbild spiele damals weil ich weiß aus ausgabe 0 da war das glaube ich dabei ja ansonsten kann man sich dafür kleines geld bei den diversen kistos holen oder ich habe so gut glaube ich irgendwo auch nur eine cd rumfliegen mit jack the lions weiß aber nicht welche version genau wenn ihr euch das holen wollte für steam holt euch bitte bei einem keyhändler den key für die wildfire version denn in der wildfire version ist die original classic 2 version schon mit drin wenn ihr auf steam die gold version holt dann bekommt ihr eine englische version holt ihr euch die wildfire in deutsch dann bekommt ihr eine deutsche classic version die ihr ohne weiteres mit mods und abzeiten und so weiter auch zum beispiel auf die 1.13 hoch bringen genau das habe ich ja gestern gemacht und das hat irgendwie zusammen wir haben alle drei versionen alle zwei versionen sind ja sogar drei versionen zusammen irgendwie drei euro irgendwas gekostet ein keyhändler so jetzt muss ich aber noch ganz hier da mal reingehen darauf gehen und darauf gehen und außerdem hier oben da drauf gehen und darauf gehen sondern gibt es noch mal ganz kurz copy von mir einen kleinen shoutout und zwar haben wir hier einmal den stream vom no der stream für mich jetzt auch und copy hier haben wir noch den stream vom underground wenn ihr wollt könnt ihr auch da mal reinschauen gerne aber raus also ihr lieben willkommen zurück bei schikanierung der schwachen machen wir gerne also wer war dabei direkt von feier auch mal hoch gehen ach ja du mit deiner king crap kriegst das ja am besten hin was die schwachen zu schikanieren ja grundsätzlich oder auch die starken alter was bist du hell auf einmal wenn du hier stehst ja dann bist du auch verdammt hell da sieht man jedes detail furchtbar das ist ja richtig schlimm jetzt sieht man ja erst wie hässlich du bist die wir lieben uns ja aber sowas von so aufträge also leute schikanierung der schwachen oder wollen wir erst mal die anderen aufträge machen mir egal sagt er gut dann werden wir hatten tats mission machen blitzschlag nennt sich die unsere geheimdienste haben entdeckt dass sich eine ein unabhängiger kommandant dass sich ein unabhängiger kommandant auf aus karl sieben befindet ein kommandeur der freien streitkräfte auf haus karl sieben befindet die offizielle version der geschichte ist dass sie die garnison inspizieren aber unsere informationen legen nahe dass das nur eine tarnung ist während sie für einen bevorstehenden angriff plan okay das ist unsere chance unsere feinde zu schlagen und ihnen einen kritischen schlag zu versetzen ja okay madame putin kein problem mache ich madame putin kriegen wir hin madame putin bestätigen wir arbeiten für jeden der zahlt so jeden der gut zahlt ja gut gibt eine million und volle bergepunkte also habe ich jetzt nicht viel gegen muss ich sagen ja ich bleibe bei der konflikt mit dem stalker und den lsr 20 würde ich persönlich sagen wie seht ihr das bleiben wir dabei bleiben wir dabei dann ich bin bereit meine kids gucken die ganze zeit spongebob und ich meine ich habe es ja auch geliebt ich war ja gern patrick star gewesen aber also ich war übrigens patrick lebensphilosophie ich finde die geil ich würde auch unter dem stein leben wenn es ginge nur die sache mit dem junggeselle das ist ein bisschen schwierig für mich aber hey das das regeln ich ja gerade so so ich würde persönlich sagen wir gehen nach rechts und gehen hier ganz rechts außen wieder lang ja links meint das ist andere rechts ja das team und rechts da und hier muss je nach der zeit von der ich war ziemlich schwer ja gut du hast also wirklich auch peck in letzter zeit die letzten male für mich hat sie keine zeit melden zu springen nicht ach so die ja die ja ja die ist ja kann sie sich melden und wir treffen die waren nämlich heute wieder da und hat den david verabmacht aber hier kann sie sich nicht treffen und sich nicht melden ja ja das das ist sowieso so eine schwierige sache oh wir sind direkt richtig das ist ja lustig also sie hat auf jeden fall schon mal eine sichtung der targets hier noch nicht aber gut okay wird sich irgendwie geben ich war erst mal überlegen ob wir da hochgehen aber jagged alliance 2 aus der ego perspektive korrekt 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 mensch dass du das sofort erkannt hast ich gehe da oben auf den berg wo ja würde ich nicht mal das ziemlich eng da oben die kleinen viecher die entgegen kommen dann hast du aber richtig spaß in der bude sie wollte ich da eigentlich nicht hochgehen korrekt 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 so deine max ich gehe rückwärts ich auch hier auf den wow da ist ein dicker dabei griffen bin zu nah für raketen aber der hat mich mit der pbk im visier ja ich schieße mit den laser mit drauf die dor sind hinter dir ja ich habe keine wahl ich muss weiter rückwärts gehen einfach weil ja jetzt hat er mich wieder linker torso fast weg ne beziehungsweise rechter bei denen ja bin dabei wir sind da und so haben wir ja genau beide nicht lange leben hat seine berechtigung zu leben eigentlich schon verloren und die spinne ist schon zerrückt ja leider noch nicht da kommen ja aber gleich ist er weg ja dieses dinger wie kann man sich freiwillig in so einen mech setzen jetzt mal ernsthaft ich check das nicht bei mir vielleicht nicht mehr super das ging jetzt fix den hat auch noch mal gut eine von hinten verplättet mhm der tat auf jeden fall weh bei so ein ungezogene krammer kennst du das spiel total annihilation das würde mich auch mal interessieren weil das habe ich jetzt vor kurzem auch erst mal wieder gezockt und ich hätte mal bock ich habe die kampagne angefangen wir können die ja mal im stream weiter zocken die ersten ekelhaften missionen um wieder reinzukommen habe ich jetzt hinter mir ey das ist es gibt eine mission die ist richtig also zwei missionen ist richtig übel du fängst mehr oder minder mit nichts an und es kommen immer nach neue wellen von gegnern oh ja genau da war was danke für die erinnerung ich sah nur laser von rechts und links kann ich dir nur empfehlen ist auch ich kann nur jackel 1 2 2 dort dort was ist das und die andere kenne ich auch nicht vielleicht komme ich drauf mit diesen abkürzungen immer da sind gibt es mittlerweile so viele da kommt auch nicht mehr hinter dark age of camelot das habe ich auch gar nicht auf schirme ich auch nicht was wie toll da gehört er nur hat sich von einem ego abschließen lassen ich habe ja noch dann schiefer was ich jetzt verzocken könnte durch den shadow geht das da ist mir die auflösung ja von dem spiel scheiß egal ihr seht es ja ich habe hier keinen hin und her flackern oder sowas da ist noch einer herrace hinter uns ist noch was du musst du dich racer wo uns meck und scorpion leichter panzer den skurken kann hat die nimmst du und schuss der belin noch ein speck dagegen kommen ein vorsicht quick draw sehr schön langsam mit raketen zerlegen hinter uns ist noch was ich das ist nur das ist ein herrace haben ja nicht einfach drauf platzen und passt das kriegt was jetzt im arsch hat ein bein verloren rpg von 2002 was ich noch habe ist imperium galactica 1 2 hat nie existiert meiner meinung nach die ganzen keeper wie gesagt total annihilation habe ich gerade erzählt panzer general gibt es ja die neuauflage panzer korps die auch sehr gut ist aber panzer general kenne ich tatsächlich auswendig da weiß ich bei der deutschen kampagne teilweise wo welche feindlichen einheiten in welcher runde stehen werden weil die kai halt irgendwann berechenbar wird wenn die einheit jetzt da ist dann hat er 100 pro die einheit und die einheit da ich nehme den mieter wird jetzt mit den raketen aus fühlt sich besser mit der menge ist jetzt noch kein problem aber wir sind ja wie viel hast du noch 1370 sollte auch so lange ich habe eine ganze menge alte spiele wo du gerade von angefangen hast die ganzen komöte bild spiele ich habe glaube ich ein jahr mal ausgesetzt ansonsten habe ich von 20 jahren alle ausgaben mit über den cds machte erst den erben weg weg sind dabei dauernd so jetzt habe ich ein kommando jetzt sind du ja auch im visio dann werde ich eingedeckt mit raketen gerade das hat mir gerade überhaupt nicht gefallen sind rückwärts centurion ist da und einer ist in der stadt in der garnison ja der kommt da irgendwo um die ecke keine sorge skorpion ist raus der panzer ich bleibe hier in der stadt stehen kommen wir ruhig mit rein dabei da ist er kaputt katapult das war das gebäude macht sie stehen ja gut so geht es dann also geht es ja der ist nicht schlecht mit der akka 5 er kann was das ist das schlimme da konnte was so ich würde nicht wir haben wenig panzer schäden das nehmen wir mit so wie es ist gerade das ergebnis da probieren wir gar nicht lange weiter von rum sofort raus okay das war schnell verdientes geld wenn man sich da beschweren ja also ich will unbedingt wieder ein paar old games abend mal das hat mir die letzten zwei dreimal die wird dreimal aber jetzt habe ich schon gemacht ich habe mir echt gefallen war so ein bisschen durch die alten spiele setzen wir können auch mal eine runde zum beispiel aber ich habe ein paar finder mehr geholt auf epic das könnte noch mal zocken das ist auch eins in der variante wie und wie heißt das spiel noch scheint gleich da muss ich gleich nach auch schon dass wir haben nichts schatten von ammen übergemacht und pass auf so jetzt gehe ich mal kurz raus aus dem bild hier immer da rein und suchen nach nämlich battle tag commandos blablabla ford ich habe so wenig spiele ich weiß gar nicht was ich spielen soll so wenig mafia wollte ich mir euch auch spielen ich habe doch genau ein was spricht und ich weiß nicht ob schatten von ammen mit drin steht baldos geht unter b hätten was finden können baldos geht zwei enhanced edition stand nämlich nicht schatten von ammen dabei baldos geht zwei part finder ist die baldos geht das sieht total geil aus ich bin gespannt was wieder was die story hergibt nein den haben wir leider nicht kaputt genug gemacht der ist zu heile dafür 32 in centurion mitnehmen davon haben wir gerade keine auf lager ist gut und marka 20 so mac reparatur was kostet uns die nummer oder 30 nix ein nein das war ja deutlich weniger theoretische wert okay gut aufträge was haben wir schönes das wäre ein zielüberfall also basis kaputt machen aber in letzter zeit schlechte erfahrungen mitgemacht haben wir öfter mal aufs maulik kriegt außerdem wir uns bei haus liao ja gerade einschleimen dementsprechend machen wir jetzt erst mal die schikanierung der schwachen die kätzerin kontrolliert diese siedlung und sie ist voll von ihren anhängern finde sie und lösche sie alle aus legt sie alle um soll gott sie sortieren okay kriege ich hin 315 tonnen wenn man der konflikt bleiben kann ich den vierten piloten mitnehmen bleiben wir eigentlich dabei würde ich sagen ja oder wir nehmen jeder nur die fettes wie ich würde gleich mal sagen was er davon hält ich wollte was willst du haben wir können es erstmal so versuch ansonsten es war der versuch damit sterben naja wenn ich mir jetzt für einen entscheidet bleiben wir mehr oder minder dabei was würde ich dir denn empfehlen wenn ich dir was empfehlen würde aber leichte nichts empfehle empfehle ich dir halt auch nichts denn das wäre eine empfehlung und die würde ich empfehlenderweise nicht machen möchte jetzt den anderen stalker gebe trotzdem noch darüber könnten bei newberry oder freeman reinsetzen ich persönlich würde gerne mal freeman so was haben wir jetzt 60 70 75 tonnen haben wir noch zur verfügung oder reicht doch für was schönes da kann man zanderburg mit rein klatschen hat auch lsr und m laser so das war nicht schlecht aus den standard muss ich aber noch kurz einstellen was die waffengruppen angeht na ja auf jeden fall er will nämlich die beiden raketen mit einer unterschiedlichen waffengruppe abfeuern der web und die m laser auch mit unter da hat die automatik einstellung ist also wirklich das ist dumm so und anwenden hat der npc seine vorgabe ok reine mission und ja ich bin bereit ich bin bereit was jetzt ein stalker 48 km h schnell hat eine arsch voll raketen musste die waffengruppen gleich noch mal kurz durchgucken ok ich glaube da hatte sie eigentlich nichts muss die ende da auch viel die zwei leser zwei leser und ansonsten raketen sieben im kettenfolge meine maus ist gelockt und los geht's hey hallo nein geht's nicht hatte ja ich warte so jetzt geht's okay also gestart starten tue ich hier mit 3260 raketen bloß die die ich gerade abgeschossen habe das waren 3400 wie warst du 3080 sollte reichen jetzt habe ich jetzt noch nicht einen schuss abgegeben alles kaputt habe ich selbst nicht mal selber kaputt gemacht power spielen mit meiner treffergenauigkeit grad so mal gucken ob sich was raus wagt also hast dann kann man schon mal drauf zimmern da gut dann rein wagt sich nichts raus da haben wir was da kommt doch was fliegt die toll nämlich black knight black knight 75 tonner entdecken wir ein die kac10 bf ich sehe den flie erstmal da steht momentan doch so gut drum der ist weg ich nehme den turm irgen immer schlimmer als jedes hagel gewitter dagegen ist die hagel sturm ist aber dann scheiß weg hier max die auf raketen ausgelegt sind dass ein mörderisches bombardement was eigentlich keine chance wie denn auch links soll es noch da waren panzer von der seite also war von hinter uns noch etwas klar aber noch nicht jetzt noch was ist das so ich gehe mal durch ein paar gebäude durch machen wir noch einen überblick über die bestandslisten hier so meine damen und herren herzlich willkommen zu heutigen eventuell so ich bin von der arbeitssicherheit ich wollte gucken ob ihr alles in ordnung ist war nicht so aus das gebäude ist ein bisschen instabil wie ich persönlich finde der brandschutz ist auch so wichtig definitiv so kann das hier nicht weitergehen leute wir müssen uns mal erst unterhalten alles ist gut wir wissen auch deine kleine ist noch gerade erst eingeschlafen leute der gute mann muss ein bisschen rücksicht auf seine tochter nehmen der gerade auch jeder verständnis für absolut mal jeder der das nicht hat der ist ja nicht abhängen muss ich wollte sich noch ins spiel suchen gibt genügend beschreihe es auf tisch und die enttäuschung die folge erlebt viel reden und rumbrillen sind für unterschiedliche sachen oder ich bin auch einer der mal gerne bisschen ruhiger ist zu laufen raketen aber nicht was durch gut das was geschafft sollte einer das was raus hier oder was unterwegs noch etwas sehen können wir anhalten uns umdrehen noch mal drauf ok na gut dann halt nicht entschieden dass der kampf zu Ende ist soweit ja wie gesagt ich dachte wir bleiben noch stehen und gucken uns nochmal um aber sorry das hatte ich falsch interpretiert alles gut ich weiß dass du grundsätzlich darauf achtest was ich sage das ist mir schon klar kenne ich ja mittlerweile ein bisschen muss sich dran gewöhnen leider experte wir sind jetzt experten vom rang her das ist toll keine nächste haben wir 2,2 millionen gab es da kein einzigen mech das ist kritisch aber dafür haben wir ak5 vierer das ist gut ich will mich über das bergut jetzt nicht wirklich beschweren muss ich ehrlich zugeben aber doch wir nehmen die mmi laser ok die schäden sind auch fliegenschiss die panzerungsschäden sind ja wahnsinn das ist also ernsthaft aufpassen das geht ja kaum so was haben wir denn noch ah wir haben einige der anhänger des gottes lästers ich dachte das wäre eine lästerin ja gut die wechseln das geschlecht auch regelmäßig also wir haben einige der anhänger divers gottes läster abgefangen als sie vor ihrem letzten angriff flohen nach etwas überzeugungsarbeit waren sie so freundlich uns ein paar informationen zu geben als der die das ketzer divers heißt aditi wittbay ok das ist für mich nicht erkennbar was welches geschlecht bevor das überhaupt auf dein schiff zurückgeschafft hast konnten die loyalen anhänger des wahren führers alles was wir brauchen über diesen ungehorsamen abschaum herausfinden anscheinend glaubt sie jetzt wieder so geil alter dass sie immer noch im dienst des wahren führers steht der mind of kali fand viel über ihre neue ideologie heraus es scheint dass sie wieder sie verzweifelt versuchte neue anhänger für unsere sache zu finden und dass sie jedem der fehlgeleitet genug war um zuzuhören eine falsche interpretation unserer überzeugungen verkündete irgendwie wurde diese heuchlerin wahnsinnig sie glaubt die wahre führungspersönlichkeit habe unter vier augen mit ihr gesprochen und ihr gesagt sie solle den prozess der verwirklichung einiger unserer ziele im alleingang beschleunigen und gleichzeitig ganz allein neue anhänger gewinnen dieser abschaum von da an wird es noch absurder in ihren triaden erwähnt sie wiederholt die angst vor einem menschen ähnlichen hund den sie the big dog nennt und sie hat eine irrationale angst davor mit hundefutter bedeckt zu werden also die muss hier nicht von ihrem fetische sprechen wollte ich gerade sagen jetzt wird's wird es ist klar dass whitbane nie privat mit unserer wahren führerin gesprochen hat aber ihr wahnsinniges geschwafel und ihre aktionen sind nach wie vor die größte bedrohung für die zerstörung der kirche von kali und allem wofür wir so lange gearbeitet haben deswegen arbeite ich nicht gerne für religiöse fanatiker man muss sich immer so ewig viel text anhören sag mir aber wo ich hingehe und sie umlegen soll wann nur meta gut für deine eigene gesundheit ist dass der arms of kali sie wieder einmal für dich ausfindig gemacht hat na gut ich sah da nichts um diesmal ist sie nicht weit gereist sie befindet sich im nahegelegenen system grand base beim letzten mal auch direkt nebenan töte diese verrückte commander bevor wir beschließen unsere frustration an dir auszulassen und stattdessen dich zu das ist der das ist der grund warum ich direkt insel eigentlich auf schließen gehen sollte das ist eine unfassbar dämliche idee einem söldner commander mit vier sturm max zu drohen das ist dumm das macht man nicht wenn 400 ton steiner aufklärung direkt über deinem scheiß kopf abgeworfen werden da war das sehr sehr blöd die idee sei bloß froh dass ich profi bin du blöde vogelfreie sch lampe meine fresse er hat sowas kann ich ab ne da gehe ich aber voll mit das ist der rassismus bei dem heute jeder mit muss so mann 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 so herzlich willkommen im zielsystem meine güte geht die alte mir auf den sackdorfer der wille von kali die quest a quest die cerberus hunde ui hier haben wir den gleich noch die nächste geschichte das ist ja cool mal kurz gucken hier können wir sieben investieren und hier acht wir haben sieben wir machen erstmal die cerberus hunde so gehen wir nochmal zurück die ersten kitteri grenzkrieger jagen immer noch die cerberus hunde die haunz lenke die grenzkrieger in das ödland lenke die grenzkrieger in das ödland ab und halte sie dort solange du kannst jeder sieg über einen devian soldaten wird letztlich leben retten bleib also wachsam ach dafür bin ich eigentlich für devians na gut das ist ein kriegsgebiet auftrag je länger wir drin bleiben desto mehr kohle kriegen wir wir werden das minimum machen und dann gucken wie unsere panzerung aussieht ok ok kommen ein paar zusätzliche bergepunkte nämlich 25% uhr als aufschlag so bestätigen wir sind zu schwer 230 tonnen immer noch entern so dann kriegst du statt 85 tonner doch ein bisschen abspecken du musst es ein bisschen abspecken ich habe dich ein bisschen abgespeckt selbe taktik aber im endeffekt ja du hast 4m laser und 2 lser lafetten es ändert sich nicht viel du musst die waffengruppen überprüfen seid ihr soweit fertig bereit sicht ist ein höllensturm sichtweite beschränkt ok dann werde ich direkt nach der landung machen beziehungsweise jetzt alles richtig eingestellt so elektronik überprüfen alle systeme laufen steuerung soweit ok waffen systeme in ordnung reaktor notschalter aus auf ins gefecht der zenturium links wahrscheinlich ein bisschen klein scheiß wie ich gerade gesehen hatte der zentralen tor so vorn und hinten weg so klein scheiß entdeckt ich glaube ich fand da der sturm ist ja mal übel war ja da wird die passung schön glatt schmürbeln danach kannst du darauf rum reiten wie auf einem baby oder auch nur am androiden arsch stimmt was recht soll das noch was manticor schwerer panzer so ich komme gleich wieder bei euch an wow wir müssen noch eine feindliche einheit beseitigen ja warte, die waren hier bei uns drüben ja der manticor ich ahne dass der unter der map war der ist unter der map ja fuck toll können wir direkt neu starten die nummer hier ich finde das immer wieder geil seitdem er schafft es jetzt irgendwie zu verrecken die einheit doch noch zu töten ja der npc macht ja jetzt gerade irgendwie der lokusssoldat alter wie guck dir mal den lokuss an wie der aussieht der besitzt hinten an den schultern und am zentralen tor so noch ein ein hauch von panzerung ja sonst nicht mehr alles andere ist nackig ja müssen wir neu starten müssen wir neu laden die mission ja warte mal gerade mal bei dem hier irgendwo auch der punkt ja 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 das ist hier direkt vor mir also eigentlich im berg direkt vor mir innerhalb der reichweite ich kann nicht mit raketen drauf zielen ah doch jetzt wieder war gerade zu nah dran er ist hier unter der map ich hasse das laden autospeicher mission tut mir leid so ich lade ja sehr schön da wieder mit drin sehr gut dass das so gut funktioniert da bin ich echt erstaunt und begeistert drüber da haben andere spiele ganz schlimmere probleme ja oh ja wenn der host anfängt den spielstand neu zu laden oder irgend so etwas oder in irgendeinem falschen menü unterwegs ist zack disconnected what the fuck ja ich habe mein interesse habe geschaut wie es bei furze auch weißen 5 aussieht aber auch die haben seit zwei monaten server probleme wahrscheinlich bis jetzt noch nicht gefixt ich schaue noch mal die waffengruppen die les auf 1 elektronik sieht gut aus nee das ist hart und nicht übernommen notschalter ist aus kann losgehen selbst vorgehen alle waren und ich recht rum wir gehen alle drei rechts rum der eine panzer rechtfertigt nicht dass ich links rumgehe das sieht mir aus dass er wieder unter der map nein ich habe ihn getroffen ok ich hatte aber gerade eine elektrisierung da war auch ziemlich weit unten ja aber trotzdem den habe ich gerade getroffen das war der manticor wieder so da haben wir nämlich jetzt diesmal weg das ist der scorpion unten gibt es dafür keinen fix außer neuladen ich weiß es nicht ich kann mal schnell nachschauen nebenbei ja ich gucke jetzt auch mal ob es ein noclip oder sowas gibt irgendwie dass ich hier durch kann ok wir haben wir nur auf den einen ich schaue mal gleich applause jesus f considering der hoch gerade mal Soll ich mal zum Nachbarn gehen? Erübrigt sich das denn, ja. Wohin gehen? Zum Navigationspunkt. Ja, ich probiere es halt auch einmal, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt was bringt, weil man soll ja nur als Anhaltspunkt gehen. Wir müssen halt, versuche deinen Belagerten verbinden, genau. Und dann kommen nämlich die Schlachtfeld, bis wir so und so viele töten. Bleib dabei, wir müssen den Typen da platt machen. Den können wir nicht platt machen. Aber jetzt eine andere Einheit, die unter der Map ist, ne? Ja. Laden. Betreten des Systems. Also ich habe jetzt mal beim Systemeintritt, habe ich jetzt geladen. Wie lange trifft das? Jetzt gleich, genau, wir laden die Mission komplett neu. Genau, so wie ich gelesen habe, soll das hauptsächlich so doch fast nur Fahrzeuge betreffen. Einer hat so geschrieben, das ist auch bei Max passiert, die abgeworfen wurden. Das habe ich einmal gesehen. Einmal bei Max, ansonsten nur bei Fahrzeugen. Dann deckt sich das ja, die soll irgendwie zu nah an der Map-Grenze spawnen, das heißt, die fordern wahrscheinlich hinten runter. Echt für den Arsch, sowas. Na gut. Okay, guck mal bei den Aufträgen rein. Bestätigen. Wir machen das nochmal. Bestätigen. Wir wissen, dass schon was wir machen müssen. Battle Max, Waffengruppen umkehren. M-Laser auf Waffengruppe 1, Raketen auf Waffengruppe 2, Raketen im Verbund, M-Laser im Kettenfeuer. Anwenden. Okay. Aber ich würde dich schon mal umgestellt bei deinem Thunderbolt. Also Laser wieder auf 1. Ja. Alles klar. Laser links, Raketen rechts. Raketen sind immer rechts. Ach ja. Alter, ich habe heute ein paar Berichte mal wieder angeguckt über die Ukraine. Junge, die HIMARS und die PZH-2000, die machen das. Das hätte ich nicht gedacht, aber allen Ernstes, die machen den Unterschied da. Die HIMARS haben jetzt russische Waffendepots und Kommandolager aber so weit hinter der Front beschossen, das ist ja der Hammer, Alter. Und die Ukraine haben angefangen, kleine Kamikaze-Drohnen selber zu bauen. Mit 2,5 Kilogramm Sprengköpfen unten dran. Die werden auf Panzer abgefeuert und stürzen sich auf die Panzer runter, man aber boom. Und die Russen sind jetzt dabei, gerade Elektronik gut, Reaktorkontrolle gut, Notschalter aus. Ähm, die Russen sind jetzt dabei, Reserven hinter der Front sozusagen zu versammeln. Problem ist, sie haben kein Material mehr. Das heißt, die Leute werden mit so viel kaputtem und altem Material in den Kampf geschickt, dass deren Effektivität halt echt... Ich ahne es, ich ahne es. Der eine dort, ja. Wir gucken mal, ob es sich gerade erledigt hat oder ob wir immer noch mit zu kämpfen haben. Aber ein Puls hatte ich gelesen, der hatte wahrscheinlich Glück und der Panzer, aber ihm zu suchen. Und was das Problem hatte, ist in den Abgrund reingestürzt, unter der Map. Ich kann gerade nicht feuern, einer steht gerade vor mir von euch. No, okay, das hat sich erledigt. So, wo ist der eine jetzt noch hin? Ja, der ist ja unter uns irgendwo. Du siehst ja, wo die NPCs hinlaufen. Okay. Da ist er. Da muss ich auf einen von uns fokussieren, wollen wir nicht versuchen, zum Map ranzugehen. Und, ähm, ich kann übrigens noch ein Spiel empfehlen. Fällt mir gerade so ein, was ich die Tage auch mal wieder mit euch zocken will. Und zwar, ähm, naja, es wurde damals im deutschen Raum unter dem Begriff Dynastie-General verkauft. Er ist auf mich fixiert übrigens. Okay. Weil direkt bei mir war gerade, oder beim NPC. Das hatte ich mal gehört, Dynastie-General. Weil, äh, das haben sie nur deshalb so genannt, weil sich eine 1-zu-1-Übersetzung des Originaltitels blöd angehört hätte. People's General. Hm. So war nämlich der Originaltitel. Hm. Und, ähm, das Spiel habe ich die Tage mal wieder installiert. Und auf dem Shadow läuft das Ding ziemlich gut, muss ich sagen. So, jetzt ist er direkt unter mir. Hier direkt unter mir. Und ich bin direkt an der Grenze zur Map. Null Wärme. So, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter spazieren mit der Einheit, mit dem Mantic-Core hier unter der Map. In der Hoffnung, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass der sich selber umlegt dabei. Bin ich denn jetzt gelandet? Oh ne, dachte ich schon, ich wäre durch, aber. So, er ist weiterhin auf mich fixiert, er ist jetzt hier. Hm, hat ihn gerade noch in der Visierung. Wow, was war das jetzt? Hat er vielleicht ein Störsignal? Ah, der hat sich selbst gestrottet, oder hat du hier abgefeuert? Hier brennt's. Ich habe nichts abgefeuert. Dann hat er sich gerade hier selbst verstört. Ah, er trifft mich. Er trifft dich. Ja. Okay. Der PPK. Scheiße. Das ist das. Er trifft mein Ball mit der PPK. Das heißt, hier an der Maprand, hier muss der Boden unten höher sein. Na, wir werden nicht durchschießen können, dass wir keine Hitbox haben, alles. Wenn er jetzt unter meinen Füßen auftaucht, du kannst ihn anvisieren. Schieß mal mit den Lasern drauf. Ich schieße gerade keine Visier. Direkt unter mir. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich sehe ihn nur oben auf dem Rotor, aber ansonsten nicht unter dir. Da muss er drücken. Tu ich. Ich sehe ihn nicht im Hut. Ja, weil er tiefer ist. Du hast du nicht. Du musst. Du musst ein Stück weggehen und R drücken. Dann hast du irgendwie in der Visierung. Und dann siehst du auch das Viereck dafür. Da muss man gucken, ob du dann irgendwie treffen kannst. Weil er kann jetzt mein Bein hier treffen. Target. Da ist er. Oh, quiet. Ja, aber ich sehe den Rahmen nicht. Er ist. Ach so. Er ist direkt unter mir. Deshalb. Ja, sagt er die ganze Zeit. Ich dachte, du meinst, er war direkt unter dir. Ja, war er auch gerade eben noch. Na gut, gehen wir mal weiter. Wir suchen mal den Platz, wo wir ihn... ...unter Beschuss nehmen können. Da wollen wir der Bug, den ich bei der einen Stadtkarte hatte, noch lieber, wo die paar Zusehen geflogen sind. Er ist direkt unter uns jetzt, ne? Meint ihr, es fällt auf, wenn wir unsere Kompars hier wegschießen? Gute Frage. Weil er sollte sich ja nicht auf die fokussieren können, ne? Wieder unter mir. Ja, kommt mal da hinten raus aus der Ecke. Weil da können wir ihn ja logischerweise jetzt nicht mehr kriegen. Das haben wir jetzt ja gerade festgestellt. Und ich will halt nicht, dass er sich auf die NPCs einschießt. Ach, hi Nana. Oh, Entschuldigung. Hallo Nana. Ja, so wie ich es gelesen hatte, war vor zwei Monaten die letzte Meldung, die man bei Google jetzt findet. Ehrlich gesagt, ich habe das Spiel mittlerweile abgeschrieben. Da wollte ich lieber auf Test-Drive Unlimited Zone abfahren. Oh. Aber du siehst ja selbst, solche Spiele wie McWarrior haben noch gewisse Probleme, auch wenn es nichts mit den Surren zu tun hat. So. Pass mal irgendwo anders hingehen. Der wird zu unseren beiden Kompars abgeschossen. Die hatten sowieso keine Überlebenschance mit der Panzerung. Nicht, dass er sich auf die konzentriert. Meinst du, dass so in der Mitte eine Schlucht verläuft? Wenn du die Korte öffnest. Ich weiß es nicht, aber wir können jetzt mal... Ja genau, da können wir mal irgendwo hingehen. Zu diesen etwas tiefer gelegenen Gebieten vielleicht. Wie gesagt, sind wir unterwegs da noch ein bisschen Loot. Ja, sowas in der Art. Wir müssen uns auf jeden Fall bewegen. Und ich wollte, wie gesagt, ich habe die NPCs jetzt ausgeschaltet. Ich habe aus Versehen, habe ich sie getroffen. Friendly Firewire. Tut mir leid. Ja, jetzt ist er hinter mir. Was hat er uns gemacht? Das bin ich. Ah, du bist das. Okay. Du siehst, du siehst ja den Auftrag. Drei von vier. Also sobald da vier von vier steht. Ja, ich glaube, hier wo ich bin, ist eine Schlucht. Da kommen wir runter. Ja, hier ist auch ziemlich tief gerade schon. Aber du bist direkt neben mir, ne? Ja, ich gehe gerade nach unten und zwar gut ein Stück. Ja, ja, dann komme ich jetzt mit. Vielleicht kommt er ja irgendwie aus der Wand rausgefahren dann. Ja, hoffentlich. Aber ich befürchte, die Hitbox wird ihn zurückhalten. Ja, wir werden es sehen. So, also momentan würde ich sagen, bin ich am aktuell tiefsten Punkt der Schlucht. Das könnte gut sein. Ich komme zu dir. Aber ich gehe erst runter, wenn er... Oh, warte mal. Wenn er direkt hinter dir ist. Der ist stuck wahrscheinlich dort hinten. Nein. Er bewegt sich. Ich komme erst zu dir, wenn er hier direkt unter mir ist. Genau das. Ja, schon klar. Schon klar. Ich bin jetzt genau am Rand. So, jetzt warten wir mal. Da ist er. Na, auch noch. Ja, genau unter mir. Schießt mal in die Felswand unter mir. Das könnten wir dann auch noch mal probieren. Wirklich, würde ich den eigentlich ganz gerne auf mich locken. Da ist er wieder. Ja, komm nicht durch. Wenn er wenigstens so hoch wäre an der Hitbox, dass wir ihn treffen können mit Explosionsschaden. Genau, mit den Raketen halt. Oder mit einer PBK. Das wäre auch noch. Jetzt ist er direkt unter mir, ne? Direkt vor mir auch. Ich gehe vorwärts. Ja. Oh, wo ist er jetzt? Ja. Dann bin ich an, wie sie nicht so hoch. Da war er gerade. Lol. Ja, wir können das Problem nur lösen, indem wir es entweder weiter probieren oder die Mission skippen. Das ist halt das Problem dabei. Oder gibt es irgendwelche Konsolen? Komm mal, hinten geht es noch tiefer. Ich kann gleich mal schauen, wenn wir noch das Stückchen tiefer sind. Nee, Raketen kommen auch nicht durch. Ja, wenn wir noch die hoffen, dass hier beim Wasser oder sowas irgendwie so ein Loch drin ist. Na, weiß ich nicht. Ja, da wird man ja durchfallen. Ja, nicht zwangsläufig, ne? Hier hinten geht es noch tiefer. Ja, erstmal warten. Da kommt nicht hinterher. Alter. Dann schaue ich noch mal bei der Gelegenheit, ob es eine Commands gibt. Ach, okay. Das ist nicht das, was ich suchen wollte. Guck mal eben, was? Ob im Wiimot irgendwo was drin ist? Ich habe ja den Wiimot. Egg Warrior 5, Mergenaries. Ja, nur One-Hit-Kill. Aber wir können nur neu laden und immer wieder versuchen, immer wieder versuchen, immer wieder versuchen. Oder können wir einmal versuchen, in der Amtis-Gebiet zu reisen und dann wieder zurück? Nur ein System? Guck mal auch mal an. So, laden. Dann wäre ich auch nur Cheats und Trailer angezeigt, wenn ich suche. Naja, das ist leider das Problem. Für die gibt es, glaube ich, keine direkten Cheats. Mac Warrior Online hat. Da war es, habe ich gefordert. Nee. Warte mal da. Danach könnte man noch suchen. Ich lade. Schade. Dann machen wir also zuerst die andere Missionen und gucken, ob es dadurch dann behoben wird oder was. Ich weiß es nicht. Wie was sie? Das nervig, sowas. Mega nervig. Kann sein, dass wir nicht nachher mal noch was Essig nehmen, weil noch ein bisschen Jacket Alliance zocken will. Dann werde ich wahrscheinlich Drasten schon mal komplett einnehmen hier, bloß ich bin hier. Naja, hier weiß ich, weiß ich. Naja, ist schon klar. Hier hatten wir keine anderen Berge-Gutsachen. Naja, schon klar. Wow. 2.000, 4.000, 24.000. Die Panzerungsschäden sind ja übel. Das ist ja Wahnsinn. So, haben wir uns bereits durchgelesen. Wenn man dann sehen. Star Map. Wir fliegen. Ja, macht Brand Base. Reisen. Wir gehen nochmal neu ins System. War forst 2 ist für mich auch so ein Trauma. So, okay. Also. Schikanierung der Schwachen. Das ist unser Auftrag. Bestätigen. Was war eigentlich zurück? Warte mal. Auftrags-Info. Das ist eine. Was für ein Missionstyp. Mist. Warte mal. Da. Ach so. Die Ketzerin wurde identifiziert. Blablabla. Vernicht. Ah, das ist ein Tötungsauftrag. Okay. Auch wenn wir so bleiben, ne? So, Gamma, Gamma, Gamma. Wir haben doch keine Zeit. Ne, Alter, mit 12-Fost-2 habe ich mit meiner Ex-Frau so ein kleines Traumata. Das war ganz zu Anfang. Hat sich 12-Fost-2 immer gespielt ist an einer Mission und immer wieder gescheitert. Gut, irgendwann habe ich die Mission dann einfach mal gespielt und bin da so durchgekommen. Das fand sie ein bisschen schlimm. Und danach hatte sie keinen Bock mehr auf das Spiel. Das war schade. So. Ich soll sie doch froh sein, dass du das geschafft hast. Und das hätte sie vollkommen sollen. Nee, das... Hat er ihre Ahren geknabelt. Richtig. Das war sehr schade. Weil ich wollte ja eigentlich einen Gefallen damit tun, aber... Naja. Oh, wieder Wald. Das könnte ich aber auch. Was denn? Mir hat die Gefallen, tut es Sinn, zu sagen. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, welcher Wald? Ich sehe keinen Wald. Ich sehe nur Spörholz. Definitiv. All these Zealots are making me uneasy. Ja, aber dass wir dem Gefallen tun, Digga, das kennen wir doch alle. Frauen halt. Nein, ich habe es echt bedauert. Das tat mir richtig leid, weil... Ich wollte ja nicht die Freude am Spiel nehmen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ich habe ja dann, glaube ich, damals noch... Ich glaube, ich habe es richtig in Erinnerung, dass ich ihr geholfen habe, mit dem ich ihr einen Cheat verraten habe, womit sie da dran vorbeikam. Aber sie hat es, glaube ich, dann irgendwo noch einmal aus eigener Kraft komplett geschafft. Ich habe gelegentlich rücklockt in dem Spiel, aber keine Ahnung davon. Wahrscheinlich, wenn der gewisse Sachen das erste Mal berechnet. Noch mehr Klein-Kram hinter uns. Oh, direkt weg hier. Kintaro. Hm, lustig. Zentrale Panzerung ist so gut wie weg. Zweiter Mech. Champion. Oh, PBK hat er. Ja, aber er ist in Raketenreichweite. Ja, ist ein Pech. Und ich bin hier noch ein Berg. So. Pancha mein Name, ich hätte da gerne mal ein Problem. Da ist noch was. Doch, doch, doch. Das ist unser Ziel. Das ist unser Chef. Ja. Wir müssen umlegen. Mist. Der Akku von dem Headpin. Mist. Das ist schon gepiept. Oh. Was ist da? In uns war noch was. Nein, nichts mehr. Okay. Da ist er ja. Er bleibt aber schön auf Abstand, ne? Gieß mal die Arme mit weg, bitte. Na gut, schade. Okay. Na, los, Schiff. Black Knight. Und. Und. Genick's auch. Genick's auch. Genick's auch. Genick's auch. Genick's auch. Geht schon auf die Genick's auch. Der ist am schnellsten weg. Und ist sehr wendig. Genick's auch fast weg. Ja, nee, recht drauf. Manche. Ein Ohm von dem zerstört. Beide Arme weg. Jetzt alles auf dem Black Knight. Alter, der hat aber Störsender dran. Hilfst ihm doch nix. Alter, wo kommen denn die Störungen noch her? Da ist noch ein Ohm. Wollen wir was sagen? So ein Dropship setzt noch nicht einfach nur zwei ab, oder? Naja, es kann gut sein. Aber er hätte mich auch gewundert, weil der Black Knight hat eigentlich keine Störsender. Habt ihr auch Störsender? Ja, ihr habt auch Störsender. Nee, alles ist gestört. Dann ist hier noch irgendwo was. Login for Quai. Oh, das muss hinter uns gewesen sein. Können Punks auch Störsender haben? Nein. Okay. Ich gehe zurück. Soll ich hinterher? Ich guck erstmal. Okay. Dann halten wir die Stellung. Ja, Störsender wieder aktiv. Wir gehen unten runter. Da muss irgendwo ein Raven oder sowas sein. Oh, da kommt was. Eraser. Gorbchen. Die komplette Fahrzeugkompanie. Keine Störsender mehr, ich gehe runter. Ich habe noch Störsender. Ja, ich gehe jetzt runter. Da unten muss irgendwo was sein. Und den will ich haben. Und den will ich haben. Wie toll, nehme ich ohne Beschuss. Wow, what the fuck. Kein Störsender mehr. Ist der unten oder am Map? Das wäre ja immer wieder so ein Arschloch nochmal, ne? Da kommt unser Landungsschiff. Da kommt unser Taxi. Es gibt so fucking viele Spiele, die ich mit euch spielen möchte. Wenn ich überlege, was ich noch alles an alten Spielen habe. Nein, ich habe es sogar Neueres. Und das wäre ein ziemlicher Epos. Okay. Okay, wir machen auch eben die Tanks und soll nicht reingehen. Ja. Klasse, ich treffe immer unser Landungsschiff. Ja, die dumme Pute. So sieht immer der schlimmsten Parkplatz aus. Das sagt, die Park ist aber auch scheiße, oder? Das nächste Mal kriegst du ein Ticket. Aber sowas von, Alter. Und da stellt der Chef persönlich noch aus. Die humor, kurze Frage. So wie in 배gr поряд habe ich noch nicht gespielt. Sieht man, welche Einheit den Störsender hat? Nein. ok war beim meisten habe ich wie so ein gestörtes funksignal symbol von ja das ist richtig das ist eine funk-meldung meine ich dann das ist dann okay diese lebenslinie das ist ja eine hochkante lebens die jeweils schon was du meinst sieht aus wie so ein herzschlag in hochkant richtig genau das ist ein funksignal wenn die gegner funkt ja da sagen wir das ja dass da hinten ist noch irgendwas das gebäude ja okay wenn ich zu weit vorne alter das andere wollte ich aber auch nicht mehr gut nach alles guten oder das macht nix haben wir hier noch irgendwas digger nix kein loot doch ein turm das ist auch gut türbe bringen wir sowas wie eine akka akka oder munition gut ich gehe mal richtung landungsschiff dann okay oder soll ich gehen ich gerne auch am nächsten dran das ist ja wieder mal scheiße aus vorgewagter bengel das wäre übrigens eine schöne war erweiterung übrigens herfalls die entwickler den hier scheiße mal wirklich jemand sehen sollten pack doch einfach mal eine info rein wie weit sich npcs von mir entfernen dürfen wenn ich den befehl geben kann bleibe im umkreis von 100 200 oder 300 metern oder dass du hast voreinstellung das schon hast ja als stehenden befehl an die ganzen kameraden aber im gefecht wäre es natürlich noch geiler oder befehls ketten dass du jetzt mit den f tasten nicht nur sorgst da soll dorthin gehen oder dein ziel angreifen sondern direkte kette einstellst stapel speichern ja das wäre schön am besten mal den vorschlag an die entwickler schicken kann nicht mehr als abgelehnt werden ja gut ich bin nicht so gut im englisch dann aber ich könnte mal den google translator dann wissen sie wissen die wie wir uns hier mit der deutschen übersetzung flühen black knight haben ja den black knight haben wir nicht weiter genug zerschossen ist geht leider nicht naja nehmen wir den champion eine absicht 61.000 davon freeman das ist ja nix aber 30 kriege einheiten abgeschlachtet was gibt es dafür schnelleres nachladen möchte es gerade richtig gesehen habe 7,5 prozent raketen streuung das ist noch nicht oder nein nein fünf raketen minus fünf prozent raketen abkürzelt als von beiden auf jeden fall weiß ich nicht mehr welches von beiden jetzt aber wir haben schon was vernünftiges gekriegt so übertragung anzeigen ja was haben wir hier schikanierung der schwachen ja bla ich werde mich kurz fassen du hattest glück dass du aditi mit bei ihrer flucht aus diesem system so dicht auf den fersen geblieben bist noch einen fehlschlag und die hand von kali wird sich gezogen alter sofort auf dein schiff zu schießen gott ernsthaft aber dadurch spur des fanatikers erfolgen konnte es hat sich die hand gnädig gezeigt du und deine truppe habt noch eine letzte chance um unser anliegen zu erfüllen rück bis auf dem weg zum klacksten system auf die eine oder andere art wird einer von euch beiden dieses system mit dem verlassen das ist eine so arrogante blöde pute nur weil sie scheiße baut boah digga so was aber jetzt haben wir natürlich noch das problem mit dem auftrag ich war ja jetzt mal ab hier neuer speicherplatz so die sommer überlegen was wir hier anmerken im kühllager haben ja genügend sollt noch in unserer reihe und die also ganz ehrlich ich springe drei systeme weiter sagt ihnen der wir uns leute ihr kriegt battle max umsonst wenn er mitkommt ins liao gebiet ich habe keine probleme mehr danach so pass mal auf jetzt nehme ich mal ein luftschlag mit rein und ich mache schon drauf zu machen und unter zur vorsicht der idee ja einfach mal so aus der entfernung drauf zu machen ja genau ich nehme zwei mit okay wir kommen bestätigen ich weiß nicht was vielleicht haben wir ganz einfach nur pech dass die map allgemein dafür predestiniert ist so schade das wäre jetzt schön gewesen na gut nein aber was kriegst du was bist du von mir ich gebe dir den archer und nicht den dragon quatsch ich nehme die kraft sind wir zehn drüber bist na gut dann nehme ich die anderen hat schon gewechselt sind optimal jetzt nein 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 willst du wirklich nehmen mal probieren na gut digga dann lassen wir das so dann nehme ich meine meine crap mr krabs drückt uns die daumen drückt uns die daumen bis sie knacken ja systeme sehen soweit gut aus dass ich das jetzt habe aber ich habe da mal reaktorkontrolle reaktor notschalter aus gämmer 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 gleich schon erstmal raus oder na stopp eins zwei die sind alle oberhalb ja ja warte 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 gleich ist der luftschlag bereits im Moment so und jetzt ok dann gämmer würde ich persönlich sagen oder ja dann ab dafür sieht weiterhin gut aus ich sag genau das drauf wir haben noch einen luftangriff ja der ist oberhalb der ist oberhalb der ist oberhalb ich sehe ihn gerade nicht also den einen links bei anderen ja das ist er das ist der letzte schon so sammeln weil wir müssen hier nichts beschützen wir können uns in einem an einem punkt zurückziehen und können da bleiben so max ich habe schon ein enemy auf dem schirm ja zenturion ich nehme den vitol gut zenturion gesichtet zenturion unter beschuss keine peilung jetzt habe ich sie wieder ja 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 das ist ja 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 Neuer Mech, Shadowhawk Ich bleibe erstmal auf dem Javelin Da hat mich im V-Zero Tose liegt rein, frei Davelin down, Shadowhawk down Ja, Shadowhawk war Tose-Treffer Sind zeitlich verschwunden So, wohin muss der Luftangriff Oh, da kommen sie Ja, da sehe ich natürlich nicht Das wird jetzt blöd von der Richtung aus Ja Soll heißen, wir gehen da vorne mal rum, genau Hä? Falsche Richtung? Dirk? Okay, hier sind auch noch Mechs Ja, egal Zusammenbleiben Der NPC ist sowieso verloren Der, den wir hier haben, der Lokus Der hat keine Panzerung mehr Der existiert eigentlich schon nicht mehr So, beginne Luftangriff Wollen wir den Luftangriff erstmal abwarten? 400 Meter Luftangriff Läuft Der Panzer ist zumindest down Der Panzer ist zumindest down Okay? Okay Landungsschiff gesichtet Einen von mir Partisan Panzer Mist Teilung weg Ich glaube, der Partisan ist gleich weg Und bleib stehen, Junge Borbion ist down Der Partisan lebt noch Ja Wir haben eine Crab Und einen Dervisch Der Dervisch ist nicht gut Target destroyed Target acquired Die Crab juckt mich nicht so viel wirklich, aber New Target Dervisch Okay, die Dervisch nehme ich aufgrund Ja Target acquired Down Crab Target destroyed Target destroyed Wie sehen wir aus? Unverändert Dirk, wie siehst du aus? Unverändert? Ja Cool Dann bleiben wir noch ein bisschen Wir gehen in Richtung Landungsschiff Wir stellen uns beim Landungsschiff auf Dann können wir uns auf die jederzeit entscheiden Oh, da kommen sogar die nächsten Javelin Leider aus der Richtung Noch ein Crab Ich nenne den Javelin Bleibt hier auf der Crab Jo Die Votals kann man danach machen Oder die mache ich zwischendurch Das ist kein Problem Ja, Gott, keine Ah, jetzt habe ich die Panik wieder auf der Crab Hubschrauber sind down So Ich habe keine Raketenmunition mehr Wow So Habe ich dir so wenig rein gemacht? Bevelin down in der Luft abgeschossen Und so ist auch weg Gehe rückwärts in Richtung Ich habe noch 440 Raketen Maximal eine Welle würde ich sagen Ich habe noch 160 Slugs also Wie gesagt, ich sammle mich beim Schiff Ja, bin auch auf dem Weg Geht außen rum Oder Achso, ja gut, okay Einer geht durch die Berge durch Ich habe mich da Ja, mehr Enemies inbound Ja, mehr Enemies inbound Okay Mal sehen, von wo sie kommen Wie? Ja Ja, der ist Ah, da kommen sie Links von uns Crab Locos Und Vitolls hinter dir Ich kümmere mich um den Locos Ja Scheißhaus Vitolls down Keine Peilung mehr Ja, ich auch nicht Ja Aber sehen wir gleich Der NPC müsste mal ein bisschen näher ran Ja, gut, den könnte ich eigentlich mal abschießen Nee, lass den da ist ablenkungsmanöver für uns Und dann noch mit Cover Und ein Locos Halter Ja Wieso liegt der also noch Weg mit dem Boah, Alter Ja, die immer noch nicht jetzt aber nene na doch wir haben gut geschrieben gekriegt ja gut normalerweise dann sagen müssen tag down alter ist der dragon schnell da kommt noch was hier einer muss man sagen naja ich komme ich komme so lange bis wir gehen also dann müsste ja eigentlich sagen es kommen neue gegner rein ja ja sagt sie gleich es geht immer darum dass man noch ein bisschen zeit hat sich zu überlegen ob man abhaut oder nicht kriegsschauplatz dass sie nicht hinter uns auftauchen du willst die max ja wohl direkt die dort ist unser landungsschiff also viel besseres krabbe ja und auf deiner seite war auch ein meck wie sieht es bei euch von der munition her aus 200 schussraketen noch ein scheiß haus das war das scheiß haus ok lasst uns abhauen das wird mir zu nervig außerdem wenn ihr von den munitionsverräten so knapp aussieht na ich habe jetzt zwar noch genug slacks aber zeit nervig nehmen wir das mit was vorhaben gehen mit minimalen schäden aus der nummer raus dann will man sich nicht beschweren und wenn das einzige was hier kommt krebs und und lokos sind dann ist den aufwand genau das ist dann so ein punkt so irgendwann reibt sich der krepp halt leider auch ab und das ist dann ja das war eine tolle rede die wir aber bevor wir die evakuierungszone betreten haben sinnvoll gewesen aber er ist okay für mich jetzt nicht beschweren schön wir haben den auftrag geschafft vor einer dieser back das war so wieder nervig ohja shadowhawk drei krebs hunchback ja den haben wir nicht da hast du recht das ist ein schöner mit den lasern halt er hat einen arsch voll laser drin ja die panzerungsschäden sind wieder zu vernachlässigen oh schön vielen dank für deine mühen bei der verteidigung unserer verehrten bewohner auch wenn die vorfahren der zerberus hauns nicht von geburt an kapelaner waren sind die hauns selbst ein beweis für das ideal der konföderation dass jeder das recht hat die staatsangehörigkeit in dieser großen nation zu verdienen wir danken dir dass du unsere leute schützt und am wichtigsten unsere wertvollen militärischen mittel ja ja kein problem haben ein paar leichte laser gekriegt und so naja beanspruchen und den über ins kühlhaus schicken super stammt wir haben noch einen auftrag ok auf claxton kampagnenmission das über die alte töten vorher aber noch schmack schwarzmockt und kantine auch zuerst gerade den schwarzer die kantine wollen kantine auftrag wir haben ja einmal die kriegsrunde von vorher vorhin fertiggestellt was haben wir denn schönes in der kantine so wir können erst mal vier autokanonen ak 20 stufe 3 sammeln wenn wir wollen oder drei battle master max zerstören wir sollen erst mal die autokanonen wo die aber fertig welche wunder wir kriegen eine stufe 5 lsr 20 streamer höhnennummer und soll es gehen wir in die kantine und dort können wir uns aussuchen entweder eine kiste bergen was ich persönlich mehr bevorzugen würde oder drei battle master zerstören was ein ziemlich beschissener auftrag ist weil wann trittst du mal gegen battle master an nummer so am rande so auf dem schwarzmarkt aber nix von bedeutung oder wert ist das mumpels was haben wir auf dem mac market begeistert beeindruckt gerade so ich gehe mal ganz kurz auf die pipilette und dann legen wir los oder dann bin ich auch mal kurz austreten so hier ist die sichtweite du wirst gleich ganz in der nähe okay und dann machen wir schon mal die berge punkte rein und sagen schon mal bestätigen kann jeder sein weg aussuchen bis gleich unheimatisch ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 so da ist ein freier platz wo du bist auch nicht mehr und bist auch nicht online du bist nicht online ist offline wenn er in erinnerung sein mag worry hat sich abgemeldet okay dann kurz neu starten bitte starten sie jetzt das muss ich mir jetzt mal kurz in den shop freunde guides diskussionen naja das wäre eine ruhe nein will ich jetzt nicht ich war wieder so weit aber kann ich hier zu machen da ist der zum spiel einladen und ich hoffe dass nichts dagegen aber ich habe den engeladen der zu gebettelt ich habe so gewählt mit dem schwanz und solche hunde augen gemacht team ist immer fahrrad darkeit auf kennerland also hat schon ein bisschen was auf dem bukel ja das ist richtig na gut hier leute aufträge wir sollen die alte da umlegen so und bestätigen halt also du machst noch nicht mehr den freeman so und ich nehme also durch den stalker ja hatten wir so besorgt gut musste ich aber jetzt machen wir schauen was läuft genau und könnte ich ihm auch den da geben hier fährt er die panzerung desto weniger macht er kaputt dort kann sagen du sagst bescheid wenn so ich bin schon wieder raus das kann doch nicht sein aber jetzt die mission weitermachen noch mal neu laden gute frage das müsste jetzt entscheiden alle so hast du eine einladung hast du jetzt ich lade er nur verbunden er nur lädt ich bin wieder raus verbindung zum haus verloren da liegt es so an der mission fehler aber warum kann man heute einladen wenn man jetzt aber beim zweiten mal nicht klappt kann es ja nicht sein ne also sobald der ladebildschirm kommt werde ich wieder zurück geschmissen und du können das an den monst liegen dass ich die ich noch aktiv habe nein 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 mehr an anderen meine ich die ich selber aktiv habe nebenbei also das sonderweg aktiv na gut na dann warte ich jetzt noch mal dann warte ich jetzt noch mal wir gucken eigentlich immer dass wir damit ich kann exakt gleiche mods haben hier bleiben ich muss nicht ich weiß ich sag es trotzdem so bin wieder im spiel also angezeigt wird er jetzt ok jetzt soll ich auch schon die commands ja bin da ok hat also wow geil das das muss ich jetzt mal sagen okay ich feier es gerade dass das das ging hätte ich nicht gedacht das muss ich nicht aber ich habe einen anderen spott nehmen ich habe keinen hat na gut dann nimmst du als zuschauerteil ne ne wo ist der kopf denn weg nimmst du auf stiefelkreis das war glaube ich ein headshot nerviger ich kann noch nicht mal die minimap v drück mal v das geht aber da kommt auch nichts ja jetzt drück nochmal v bin wieder drin ne drück mal v ja drück mal v ja drück mal v geht auch nicht ne ego modus wechseln wird es ist ein der ego-modus also ich habe den option auch nichts gefunden werdet ihr da kommt das ist ein grafisch ob ich krieg nämlich trotzdem wenn ich drücke trotzdem die meldung hat ja das ist völlig aber ich finde eine einstellung gerade mega geil ich weiß nicht wie sie geht machen kann aber das ist der neue aktive mod apropos im massiv hast du schon mal versucht mit zwei joysticks mcwarrior 5 zu spielen du wirst lachen ja das hat er also nicht immer da bei mir drin war auch schon mal macht stopp nicht weg warrior 5 ich habe damals mcwarrior 4 gespielt mit mit throttle und allen drohen dran funktioniert auch ich glaube macht das was wenn eine unserer wenn der mpc und der laufer ist er hat dann nur ein hitze wert von 65 prozent seiner maximalen hitze muss eigentlich schon so gut wie verraten und verkauft ich bin nämlich auch da unten reingefallen gerade eben dass ich sie meine gelbe meine beine jetzt geld so haben wir denn da ein spät und den dort gut verlegt haben problem ist ich sehe es natürlich auch nicht wie meine panzerung aussieht ist noch ein becken krabbe du kannst mal bitte dings anvisieren und er drücken er drücken dann siehst du seine panzerung wenn du an wie sie ist und drückst alles im gelben bereich ist gut ein bisschen schäden interessantes und weiter geht's ja wo seid ihr hier unten einmal ok das wäre hilfreich wenn das kommt wird auch wirklich alle funktion des normalen hat es hätte ich habe meine runter gehauen ich werde ich gehe holen will ja Wow, Rihanna, hast du das gesehen? Ein Union-Dropship, komplett imbettet in diesen Mautern. Sieht, es scheint besser als Tage. Ich werde eine Analyse machen. Im Moment, warte ich dir zurück. Ich fühle, dass du bald ein paar Unternehmen bekommst. Ein Union-Dropship. Geil. So, weiter geht's. Was schade ist, dass ich jetzt nicht einfach wie im Singleplayer die Max durchschalten kann. Vielleicht hätte das ja was gebracht. Oh, ja, mech. Ja, gesehen. Neues, neues Ziel, ein Turm. Oh, gehen wir direkt hier unten lang, würde ich persönlich sagen, ne? Wir müssen sowieso hier lang. Aber das Union sah gerade schon geil aus. In den kurzen Weg diesmal. Ich erinnere mich jetzt wieder langsam an die Mission. Im letzten Jahr bin ich den langen Weg außen rum gegangen. Macht kaum einen Unterschied. King Kong. Irgendwo jetzt in der Nacht, ja? Oh, hinter uns ist irgendwas. Was? Was großes? Nein. Ein Turm. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. feuerwehr und der parkour müssen wir hier und das war jetzt hin was sagt die map wir sind durch die lava da hat sie von chance gesprungen ist für information und habe ich gerade gesehen habe ich gerade gesehen das wäre hier rechts wie tors irgendwo wo das wieder die geräusche hier geht es nicht weiter wir müssen den weg nach oben suchen da gab es auch keinen muss also hier irgendwo links von uns einer sein das ist hier dann so haha ja okay what the fuck quick draw Oh, ich bin nirgendwo. Faking up. EAT CRITICAL! Oh, Zentraler zuhause weg. Vorsicht, Reaktorreaktion? Nein, keine Reaktorreaktion. Was ne geile Map. Jetzt mal ernsthaft. Ich feier die brutal. Oh. Oh. Hier ist eine Union. Was fehlt noch von einem? Was passiert hier? Ein anderes Derelict-Dropship. Das ist in viel besser condition. Es wird noch ausgerüstet werden. Es wird noch ausgerüstet werden, und was scheint, eine Art von Message zu sein. Aber sie sind beide sehr faint. Und sie zeigen hochwertige Begründung. Ich beginne eine Analyse auf die beiden jetzt. Hopefully, es wird uns mit ein paar Antworten geben. Ja, das sind Star-Leak-Dinger logischerweise. Die sind halt Asper-Uhr halt. Die beiden Unions sind halt aus der Zeit der Sternenbund. Aus der Ära. Wo sollen die auch sonst her sein? Also... So. Die Map teilt sich hier gleich. Aber wir gehen erstmal den Map-Markern nach. Bei Igor ist abgeschossen. Sind oben an der Stadt. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Dieser Vierterland ist ein Kamerad. Ja. Der ist bestimmt irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. So. 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 so wir gehen weiter also falls ihr das gerade nicht mitbekommen habt dass die schiffe stammen aus dem erste exodus flotte von general kerensky an bord der schiffe soll sternboot material gewesen sein wir sollten also mit äußerster vorsicht vorgehen 309 roi irgendwas muss ich ja mal nachgucken hier oben lang rote panzerung wenn du es auch bei gelb zu unserem kameraden atlas gegeben ja ziemlich rot und orange läuft auch wenn wir ganz vorne rum das ist gerade hinter mir glaube ich ja aber normalerweise ich würde ja gerne viel mehr mit den raketen arbeiten auf der map ist es nahezu unmöglich der charter wäre hier richtig gut gewesen andersrum der hätte natürlich ein wärmeproblem gehabt sondergleichen wenn die alte wirklich so süß wäre würde ich den neck und am arsch weg schießen und sie mitnehmen so da ist sie korrigieren nicht ziemlich wieder zurück da habe ich keine aktien drin vielleicht eine zieler fassung habe ich mir das alles recht da kommt da zwei kopf der hat der sender und der macht sich gerade nackig leute ja ich gehe zurück ich gehe zurück nein das bringt nichts bleibt stehen ja aber ich freue weiter trotz du sollst ersatz zielscheibe spielen du nasen bär weil ich bin nämlich sonst gleich weg okay himmelsakratübel das morieren und ein zeitglaubt da habe ich weiter im tage da habe ich den orieren paketen ohne ende geht schon gut mehr davor ja da kommt er schon okay doch einer noch honorieren nee noch was kleines keine ahnung was es ist phoenix das war meiner ich habe auch gerade mit dem laser noch zentral zu gestopfen aber werden wir uns beiden nicht die richter ist doch egal hauptsache weg ja du bleibst hier ja mit diesen abscheulichen fanatikern amen aber sowas von blöde kuh der cyclops hat mich überrascht wärs nur der orion gewesen wäre ich weiter zurückgegangen wäre gut gewesen aber der cyclops der hat mich der hat mich kalt erwischt mit dem hatte ich nicht gerechnet ich habe auch keinen störsender gesehen zu anfang das ist ein kommandomech der hat stölsender ja der cyclops einer der wenigen mechs die mit zwei piloten sitzen ausgestattet sind ein pilot also als pilot selbst und einer als kommunikationsoffizier hinter den piloten etwas erhöht gesetzt erhöht sind deswegen auch dieses große cockpit fenster ja so ja meine schäden sind natürlich immens wir kriegen den orion wir kriegen den orion wir kriegen den guten orion mit drei lsr lafetten und drei energiewaffen der ist ja gut endlich geschafft die verrückte kätzerin und ihre leichtgläubige gefolgschaft die sie belogen hat sind dank dir nun alle tot die kirche möchte nicht das windary mit ihrem wahnhaften kreuzzug oder ihrem verlorenen anliegen zum mehrtyrer wird als zeichen der dankbarkeit und großzügigkeit unseres wahren anfühlers kannst du den mech der kätzerin behalten aber hör gut zu kommandant trotz unserer aufrichtigen dankbarkeit für deine handhabung unseres sensiblen anliegens sind du und deine kameraden die einzigen die von uns wissen wenn du es wagst in irgendeinem winkel der galaxie unseren namen auszusprechen der wille von kali ähm oder auf irgendwelche kirchengeheimnisse verweisen äh in denen du vor unseren großen enthüllungen begegnet bist oder auch nicht wird die kirche von kali dich finden und deine leiche direkt neben whitby beerdigen äh klar logisch denn wir haben unsere treue dem einzig wahren avatar von kali geschworen und ihre rückkehr steht kurz bevor unsere anführerin hat sie in einer vision gesehen sie sah den weißen tiger sie sah den rakshasa ernsthaft und sie sah auch dass die galaxie brennen wird so wir vereinigt sind alle ungläubigen werden ausgelöscht ich bete dafür dass du an diesem tag wieder an unserer seite stehst kommander nein wir werden dafür sorgen dass sich deine treue auszeit wie gesagt nein wir werden uns nicht wiedersehen das ist sicher so den orientieren was denn bin gleich wieder da hätte ich jetzt auch gesagt so genau star map industriezentrum da so auf geht's aber ihr lieben ich verabschiede mich für heute aus dem stream es ist schon fast halb zwölf ich möchte noch eine kleinigkeit essen dann muss ich bald ins bed wir sind jetzt im system ich repariere noch eben dann speichern wir ab und dann machen wir wahrscheinlich feiern für heute ich weiß nicht wie es bei den beiden anderen aussieht vielleicht wollen die noch irgendwas streamen aber ich bin auf jeden fall raus für heute ihr lieben schlaft schön ne kurz nächtle ja gute nacht so selten er ppk die könnten wir tatsächlich mitnehmen so habe ich gekauft selten lbx slack haha wo haben wir sie denn hier zeig mal das ist eine dreier ne weiß ich nicht und dann für 2,1 millionen ne ein seltener enforcer und ein assassin auch nicht so richtig das ne ach jo ich guck mal kurz meinen archer an der sieht ja richtig scheiße aus ach ja ach ja den orion mensch ich bin aber auch aus dem stream raus ja für heute ist auch feierabend ja da mach ich mal jetzt auch aus wie gesagt ich bastel hier noch gerade ein bisschen an den max rum ich werde den orion noch ausstatten leute dann speichern ich habe ab und zu dann bin ich raus für heute schlaf gut ich wünsch euch was